Läuft ganz gut Ja, ich bin ganz knapp immer hinter dir Vor allem weiß ich nicht, äh, hab ich am Anfang nicht gewusst, ob es so gut ist an Halloween aufzunehmen Weil ich eigentlich damit gerechnet hätte, dass jemand klingelt, aber bis jetzt bei mir noch nichts Ja, ich hör das nicht, ich sitz im Keller Es ist gerade, äh, 20 Uhr 41 Boah, Ziel Ja, ich hab's gesehen Mann, das ist unfair Lass uns, ah, zwei Minuten nur noch Mist, weil du ne bessere Beschleunigung hast Ich sollte mal echt Beschleunigung bearbeiten Äh, so, was krieg ich denn? Fünfmal Nitro Äh, was krieg ich? Ich krieg, oh, Schwergewicht Machen wir noch eins, oder? Ja, das haben wir einfach noch dran Okay, eins noch Ist aber erst dann eine Minute Ja, das ist jetzt eigentlich egal Weil eigentlich haben wir noch eine Minute 44, wo wir aufnehmen Ungefähr, ich weiß nicht, drei oder vier Monate gespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr Da hab ich noch nie einen Moto gekriegt, der neun Beschleunigung gebracht hat, äh, neun Höchstgeschwindigkeit gebracht hat Du hast einen Turbo, oh, der bringt viel Beschleunigung Und dann hast du hier, oh, dann hast du hier Mega Gadgets Verlängert die Dauer von Schwergewicht um 13% Erhöht das Dragrennen, die Bereich für Gutes Erhöht die Geschwindigkeit von Nitro um 13% Ja, sowas gekriegt man am Ende vom Rennen immer ziemlich oft Und jetzt geht's los Äh, ich hab's noch gar nicht gekriegt Echt? Ich krieg dir andauernd Ah, schon wieder kein perfekter Start, ey Ich bin ja auch nicht so geübt Tschüss Jetzt gleiche Strecke Sollte ich vielleicht wieder nach vorne schauen Ich wär grad fast in ein Auto reingefahren Naja Sollte schauen, dass ich's dieses Mal besser hinkrieg Jetzt fahren wir aber schon wieder dieselbe Strecke Ja, ich weiß, das ist halt ein bisschen cool Weil man dann schon ungefähr weiß, wo's hingeht Die Werbeplakate, die da überall rumhängen, die sind auch recht interessant Und zum Beispiel weiter da hinten Mixed Hotel Cent mit Cent halt Also Euro und Cent und sowas Und Sprung Sind wir in China Town China Town UF fangen wir da so Sonntagsfahrer rum Ja Wir sind mit 3 km auf der Straße rumgeschlichen Ich hab diese blöde Ich hab keine China Beschleunigung, ey Und noch ne Bushaltestelle mitgenommen Das verlangsamt eigentlich einen So Boah, ganz knapp unter dem Reifen durch Ganz knapp Ganz knapp Ich bin gegen die Wand gefahren Boah, da war der Reifen Boah, jetzt kommt, glaube ich, vielleicht kein Fail-Video rein Okay, ich war ja eigentlich kein Fail, aber es war verdammt krass Boah Das sind ja die Highlights und nicht das Fail-Video Stimmt Du darfst doch den Zuschauern nichts von unserem geheimen Fail-Video-Plan verdarten Okay, nein, es gibt keine geheimen Fail-Video-Plan Den hast du eiskalt unten in die Beschreibung reingeschrieben Ja Ihr dürft jetzt das Video suchen, in welchem der Plan drin steht Viel Spaß Ich geb euch einen Tipp im letzten Highlight-Video Ich hab nichts gesagt Total Sense Hä, was kriegt der? Einen Total Sense Kapiert er nicht, oder? Ne War auch ein beschissener Witz Sehr beschissener Witz Fast auf Sarazahn-Niveau Ja Ich kleb der da die ganze Zeit am Arsch Ich weiß Mitro Taxi aus dem Weg Boah, das war knapp Danke fürs Anschieben Kein Problem, hab ich gern gemacht Ich bin immer zur Stelle, wenn einer in Not ist Boah, dieses Mal muss ich's gewinnen Boah, wie knapp Na komm, mach irgendeinen Scheiß Irgendeinen Scheiß musst du doch machen Jetzt kommt die Kurve, die ich nicht mag Äh Wand Ja Diesmal hab ich die Kurve richtig genommen Aber er hat eine bessere Beschleunigung als ich Das ist ein Problem Das einzige Oh, der Difen ist nicht mehr da Jetzt wär ich fast im Taxi dann gefahren Ja, das ist immer krass, wenn die dann so entgegenkommen Und dann hab ich die Wand gestriffen und das hab ich wieder so verlangsamt, dass ich wieder langsamer geworden bin, sonst hätte ich die wahrscheinlich überholt So, jetzt an die Wand geteilt Uoooooooh Tja, Mito Nein, das ist unfair, ich hab keins Und das nächste Auto, das in mich reinfährt Tja Und so knapp vor am Ende, das ist voll unfair Da ist Zahnpast der Weapon gewesen Ja Mann Und da ist das Ziel, an dem riesen Dinosaurier vorbei Und ins Taxi noch rein Und ins Ziel Ah, das ist unfair, ey So knapp, ey Ah, du bist schon Level 3 Äh, ja Verkehrsmagnet mal 5 So Ah, endlich hab ich Nitro So, das war's jetzt, ja Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt Freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaut Dann bis zum nächsten Mal Ja, genau Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video bitte Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, warum Ich sag jetzt nicht, dass ihr von mir aus auch einen Dislike geben könnt Weil Atomappel das ja hoch lädt und aufnimmt und sowas Aber, äh, ja Ja, von ihm aus könnt ihr ruhig einen Dislike geben, ja Weil, ist ja nicht sein Video, ja Genau Ja, äh, abonnieren ist immer erwünscht Und genauso wie liken und Kommentare schreiben über Kommentare Und beide freuen sich dann auch immer recht gut, wenn man nur so kleine YouTube ist Ja, wir sollten jetzt aufhören Ja, wir sollten jetzt aufhören Tschüss Also, dann bis zum nächsten Mal, ciao Ja, tschüss, ich sag auch nochmal tschüss Ja, tschüss Tschüss, tschüss Ja, tschüss Ja, tschüss